Erstmal möchte ich auf eine richtig coole Aktion von Smilodogs hinweisen. Und zwar hauen die gerade ein T-Shirt raus, wo die gesamten Umsätze an Australien gespendet werden. Das T-Shirt sieht so aus. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr putzig, sehr cool. Und an sich einfach eine richtig geile Aktion für Australien. Ihr wisst das mit den Bränden. Es ist einfach extrem schlimm. Und da ich selbst 10 Jahre bei der Feuerwehr war, kann ich mir schon vorstellen, wie die da unten ackern müssen. Deswegen alle gesamten Erlöse aus diesem T-Shirt-Verkauf gehen an Australien. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Gutscheincode Martin10 funktioniert damit nicht. Wenn ihr allerdings noch andere Sachen dazu kauft, dann funktioniert das für die anderen Sachen. Aber auf jeden Fall ist das eine sehr coole Spendenaktion. Dann ist letzten Samstag hier auf meinem Kanal Icebreaker, die Unlimited Wrestling Show online gegangen. Und ich freue mich einfach extrem krass, dass ich für euch jetzt jedes Mal hier auf diesem Kanal echtes Wrestling präsentieren kann. Nicht nur drüber labern, sondern euch einfach auch was zeigen kann. Und das ist halt extrem geil. Deshalb schaut das an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Eine ganze Wrestling Show komplett. Ich war auch mit am Start. Und viele andere große Namen aus Deutschland. Übelst geile Matches. Und den Reveal des Unlimited Titels. Deswegen schaut euch das auf jeden Fall an. Die englische Version gibt es auf dem Unlimited YouTube Kanal, den ihr natürlich auch in der Videobeschreibung findet. Und natürlich hier auch. Tickets für die nächste Show sind schon im Vorverkauf. Deswegen kauft auf jeden Fall Tickets unter unlimitedwrestling.de. Am 22.02. geht es weiter in Verdingerode. Kommt da vorbei, Freunde. Das wird absolut krank. NXT macht ja auch nebenbei noch Live Events. Neben den ganz normalen Tapings gehen die also auch ein bisschen auf Tour. Und hier und da testet man dann schon mal so ein paar Talente aus, die dann irgendwann auch in den Shows eingesetzt werden. Ebenfalls testet man hier auch einfach neue Wege mit Wrestlern aus, wie man es auch jetzt gemacht hat. Und zwar hat man jetzt Tony Nese zusammen mit Mike Kanellis in ein Tag Team gesetzt. Und hier ist zwar noch nicht bekannt, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. Ob man da weiter mit verfahren möchte. Trotzdem bei Live Events werden die jetzt erstmal zusammen eingesetzt. Und dann schaut mal mal. In der letzten Woche bei NXT gab es ja eine Women's Battle Royal, wo einige Damen aus dem NXT Roster gefehlt haben. Zum Beispiel Diona Parrazo. Die scheint wohl gerade auf dem Weg ins Main Roster zu sein. Also Main Roster kann man ja jetzt nicht mehr sagen, aber halt auf dem Weg zu Raw. Und deswegen könnte es sein, dass sie hier nicht mehr eingesetzt wurde, weil man sie denn perspektivisch eher bei Raw einsetzen möchte. Ebenfalls nicht mit am Start war Jessamine Duke. Sie hat momentan Probleme mit dem Ellbogen. Wurde da auch operiert und deswegen konnte sie natürlich hier nicht teilnehmen. Ebenfalls nicht in dem Match war Marina Shafir, weil die ja nun mal die Tag Team Partnerin von Jessamine Duke ist. Und deswegen wurde sie hier auch nicht mit eingesetzt. Ich hatte euch schon gesagt, dass für die diesjährige WrestleMania Card noch so gut wie gar nichts feststeht. Und das merkt man auch im Backstage Bereich. Man ist sehr offen für kreative Ideen, was mal komplett was Neues ist bei der WWE. Eigentlich standen die Cards immer schon monatelang fest und du wusstest halt als Wrestler schon, okay, dieses Mal halt kein Platz auf der WrestleMania Card. Das heißt also auch bei den Wrestlern heißt es halt eher so, dass immer die Möglichkeit besteht, noch auf die WrestleMania Card zu kommen. Es gab sogar jetzt einige Leute, die schon im Performance Center informiert wurden, waren, dass hier die Möglichkeit besteht, dass sie noch bei WrestleMania eingesetzt werden. Und das zeigt halt für jeden Wrestler, okay, streng dich an, dann geht was. Und ansonsten war es ja immer so, jo, steht eh schon fest, ist egal, kannst machen was du willst, wird nix. Aber jetzt ist das ein bisschen anders und man kann jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Motivation holen, um es vielleicht auch noch auf die Karte zu schaffen. Dieses Wochenende steht ja der Royal Rumble an. Vergesst mir auf jeden Fall nicht meinen fetten Royal Rumble Livestream. Ich weiß noch nicht, wann er startet, aber wahrscheinlich so 18 Uhr oder so. Auf jeden Fall gibt es einen fetten Royal Rumble Stream mit Live-Reactions und so weiter. Freut euch da schon mal drauf am Sonntag. Aber es gibt auch zwei Namen, die momentan dort zurückerwartet werden aus Verletzungspausen. Ist jetzt eigentlich wenig überraschend, von daher kann ich es euch auch sagen. Und zwar handelt es sich um Jinder Mahal und um Velveteen Dream. Beide sind nämlich soweit wieder fit, könnten eingesetzt werden und der Rumble ist ja dafür einfach perfekt. Gentleman Jack Gallagher war ja in der letzten Zeit ein wenig weg von 205 Live. Wurde jetzt aber wieder zurückerwartet durch Tweets und so weiter. Da hat man das immer in den Shows mit eingebaut, war ein bisschen komisch. Trotzdem hat er sich jetzt ein neues Aussehen verpasst, beziehungsweise hat er seine Haare jetzt komplett kurz geschoren und hat damit einen neuen Look. Mal gucken, wie sich das In-Ring-mäßig noch umsetzt, ob er jetzt wirklich der Neues ist. Mal schauen. Dann haben wir auch dieses Mal wieder eine Vertragsverlängerung bei der WWE. Und zwar hat Callisto seinen WWE-Vertrag jetzt um mehrere Jahre verlängert. Hier gibt es zwar keine Info, zumindest bisher, noch nicht darüber, wie lange er verlängert hat. Wir können zwar eher davon ausgehen, dass es wahrscheinlich fünf Jahre sind, wie die WWE das ja momentan auch machen möchte. Aber trotzdem gibt es da jetzt noch keine Infos, was das angeht. Erseits meint er, dass noch so viel in ihm steckt, was er den Leuten zeigen möchte. Und deswegen bleibt er der WWE auch erhalten. Wer jetzt scheinbar nicht mehr Teil der WWE ist, ist Jessie Gabbard. Unsere deutsche Wrestlerin Alpha Female hat nämlich jetzt über Social Media bekannt gegeben, dass sie Free Agent ist. Das heißt, dass sie wohl möglicherweise nicht mehr bei der WWE unter Vertrag steht. Viel mehr ist da momentan nicht bekannt. Sie selbst hat erst noch über Instagram angekündigt, dass sie eine kleine Pause von Social Media und so weiter einnehmen möchte. Und jetzt halt diese Aussage, dass sie Free Agent ist. Generell soll Jessie ja sowieso nicht den besten WWE-Vertrag überhaupt gehabt haben. Und gerade weil sie auch nur bei NXT UK eingesetzt wurde und man ja dann da auch überlegen muss, dass man das ja auch Vollzeit und auch voll entgeltlich machen möchte, ist das denn natürlich eh schwierig unter einen Hut zu bringen, wenn denn der Vertrag nicht so gut ist. Für Jessie scheint es dann also wieder zurück nach Deutschland zu gehen, was ja für uns eigentlich auch eine schöne Sache ist. Also Jessie Gabbard bei Unlimited Wrestling, warum nicht? Bei den letztwöchigen Tapings war sie zum Beispiel auch nicht mit dabei. Eigentlich war angekündigt ein Match zwischen ihr und Killer Kelly, aber dieses Match fand nicht statt. Und das hat was damit zu tun, dass Jessie letzte Woche einen Autounfall hatte und daraufhin noch nicht richtig klar war, ob sie gesundheitlich in der Lage ist, ob sie grünes Licht bekommt für dieses Match. Das Match wurde dann also angekündigt und beworben, aber das war noch zwischen Unfall und Untersuchung von Ärzten, also von den WWE-Ärzten und dann kam aber bei der Untersuchung raus, dass man sie nicht in den Ring stellen will, dass sie also keine In-Rig-Freigabe bekommt. Ja, und damit war das Match angekündigt und konnte nicht stattfinden. Ich habe gestern noch selbst kurz mit ihr getextet, aber viel mehr Infos habe ich dazu jetzt auch erstmal nicht. Deswegen müssen wir das jetzt abwarten, aber wie es aussieht, scheint sie zurück nach Hause zu kommen. Ja, von euch, dann war es das auf jeden Fall erstmal für heute mit den News. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke aktivieren und natürlich Kanalmitglied werden. Das ist auf jeden Fall Pflicht, Freunde. Und ansonsten eure Meinung zu allen Themen gerne in die Kommentare. Wem würdet ihr noch gerne bei Unlimited Wrestling sehen? Schreibt es mir gerne mal unten rein und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht nicht mehr so dolle, haut rein und ciao!